Willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video schauen wir uns Altcoins an, die am absoluten Boden stehen, die somit zum jetzigen Zeitpunkt den perfekten Einstieg bieten. Genau aus dem Grund habe ich einiges, einiges für euch vorbereitet, auch konkrete Chartbeispiele, dass ihr exakt Bescheid wisst, wo ich jetzt persönlich auch einige Altcoins nachkaufen werde. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Ich werde auch im Laufe des Videos zwei neue Altcoins mit reinnehmen, die ich so noch nie auf meinem YouTube-Kanal vorgestellt hatte. Somit habt ihr im heutigen Video auch noch zwei kleine Hidden Gems dabei, die noch komplett am Anfang stehen. Deswegen an der Stelle gerne ein Like und ein Abo dalassen für meine Arbeit, würde mich riesig freuen. Wir stehen kurz vor den 6000 Abonnenten. Vielen Dank an der Stelle. Jetzt starten wir direkt in den Inhalt und zwar geht es heute spezifisch darum, welche Coins eine gute Einstiegsmöglichkeit bieten, auch charttechnisch gesehen, die somit an guten Support und Resistance Level sich zum aktuellen Zeitpunkt befinden. Wir sehen es hier an einem relativ guten Beispiel, wo wir einfach immer wieder Kontaktpunkte hatten und somit auch einen starken Support unter uns. Und deswegen rechne ich quasi jetzt auch so ein bisschen aus Trading-Sicht, beziehungsweise es muss ja nicht unbedingt hier als Trade ausgeführt werden, sondern einfach auch nur als potenzieller Spot-Nachkauf. Und deswegen sehe ich hier sehr gute Chancen, besonders im jetzigen Zeitpunkt. Schaltet auch unbedingt in den kommenden Tagen im nächsten Video ein, weil da werde ich dann konkrete Altcoin-Projekte vorstellen, die zum jetzigen Zeitpunkt einen extrem, extrem starken Chart aufweisen. Wir sehen es hier zum Teil seit Ende 2023, ein reiner Aufwärtstrend und so ähnlich wie Octaspace gibt es noch einige, einige andere Projekte, die durchweg am Pumpen sind. Und genau die Projekte schauen wir uns dann im nächsten Video an. Jetzt im heutigen Video geht es ausschließlich darum, welche Altcoins wirklich auf guten Bodenniveaus sind. Und somit haben wir hier auch direkt den ersten Altcoin Sidus. Ja, da seht ihr es auch hier, dass wir uns an einem guten Support-Level befinden. Ansonsten muss auch dazu gesagt sein, wir haben theoretisch noch eine Abverkaufsgefahr von circa hier. Wir sehen 76% zum absoluten Boden. Ich persönlich sehe das Ganze aber eher als unrealistisch an, weil wir hier starken Support unter uns haben. Und ich denke nicht, dass einige Altcoins jetzt runtergezogen werden auf den absoluten Boden. Ja, da haben wir momentan noch zu viel Liquidität am Markt. Der Markt ist zu bullisch. Wir sehen es auch hier, einige Altcoins sind wieder am Anziehen und deswegen rechne ich jetzt nicht mit einer vollständigen Kapitulation bei einigen Altcoins. Deswegen, ich denke, wir sind extrem, extrem nahe am ultimativen Boden vom kompletten Bullrun. Also ich kann mir gut vorstellen, bis in spätestens ein, zwei, drei Monaten geht es dann auch wirklich richtig los mit der Altcoin Season und auch mit Bitcoin Preisen über 80.000 US-Dollar. Ist nur meine persönliche Meinung, aber aktuell stehen alle Lichter auf grün. Ansonsten auch hier das letzte Video anschauen, da habe ich nochmal aufgezeigt, welche Indikatoren jetzt gerade aktuell positiv ausschlagen und dafür sprechen, dass wir kurz vor einem Bullrun stehen. Ansonsten das nächste Projekt, was ich auch immer wieder erwähnt hatte auf meinem YouTube-Kanal, ist Blender. Ich halte nach wie vor noch viel von Blender, da hatte ich auch ein extra Video darüber gemacht. Wir sehen es hier vor fünf Tagen, bin ich näher darauf eingegangen, was sich von Blender zum aktuellen Zeitpunkt hält. Und ich denke, auch hier sehen wir nochmal gute Einstiegsmöglichkeiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass Preise unter 70 US-Dollar sind, nicht mehr sonderlich lange vorhanden sein werden und dass wir dann auch hier die Preise nie wieder zurückbekommen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier zurückblicken in einem Jahr und einfach nur hinterher trauern zu den aktuellen Preisen. Und deswegen möchte ich auch hier nochmal darauf aufmerksam machen im heutigen Video, welche Altcoins wirklich nochmal günstig zu haben sind. Und ich kann euch jetzt schon garantieren, einige von euch werden es bereuen in den kommenden Monaten. Und wer nur jetzt die bittere Pille schluckt und gegebenenfalls nochmal ein paar Abverkäufe miterlebt, kann dann auch wirklich erst die Früchte ernten und Bullrun. Das ist auch sowas, was ich immer wieder in den Videos sage. Deswegen ist Blender nach wie vor ein gutes Projekt, wo ich auch immer wieder nachgekauft habe in letzter Zeit. Dann das nächste Projekt, was wir uns anschauen, ist AGI, auch ein Top-AI-Projekt, Market Cap bei 170 Millionen, somit etwas etablierter. Und hier sehen wir auch immer wieder, dass wir gerade bei den 15 US-Dollar sind, immer wieder starken Support bekommen. Wir haben es einmal hier gesehen, starke Resistance nach oben hin, die zwei-, dreimal angetestet wurde und dann erst der Breakout stattgefunden hat. Und jetzt auch hier haben wir wieder starken Support unter uns. Und auch hier stehen wir meiner Meinung nach extrem nahe am absoluten Boden. Gegebenenfalls haben wir hier noch einen Abverkauf von 10 bis 20 Prozent, aber ich denke auch hier bieten sich momentan sehr gute Chancen. Dann kommen wir zum nächsten Projekt, was ich auch schon auf meinem YouTube-Kanal vorgestellt hatte und zwar Open Fabric AI. Aktuelle Market Cap von 9 Millionen. Das muss man sich mal wirklich vorstellen, 9 Millionen ist ein absoluter Witz. Ja, da werden in 10X gerade mal 100 Millionen und selbst 100 Millionen ist auch nicht sonderlich viel. Und hier sehe ich tatsächlich nach wie vor gutes Potenzial. Hier kommen wir jetzt tatsächlich zurück auf den ultimativen Boden, den wir damals schon hatten zum Launch November 2023. Ihr müsst euch einfach mal nur anschauen, wo andere Kryptoprojekte im November 2023 starten. Da hatten wir wirklich absolute Bärenmarktniveaus. Und deswegen denke ich, auch hier sind die Preise alles unter 15 US-Dollar Cent. So langsam in den Bereich, wo wir jetzt eintauchen, absolute Toppreise, die man noch mitnehmen kann. Natürlich braucht man ein gewisses Vertrauen in dieses Projekt. Meiner Meinung nach ist hier der Use Case vorhanden. Wir können auch einmal auf meinem YouTube-Kanal schauen. Ja, vor acht Monaten hatte ich es vorgestellt. Ja, dieser KI-Altcoin hat 100X-Potenzial. Ja, Geheimtipp ist nach wie vor noch ein Play, den ich aktuell noch mitnehmen würde. Ja, und auch jetzt hier nochmal gegebenenfalls nachkaufen würde. Natürlich muss man hier höllisch aufpassen. Solche Projekte können auch schnell wegsterben. Deswegen an der Stelle ist es logischerweise auch keine finanzielle Beratung von meiner Seite aus. Es ist ein absolutes High-Risk-Projekt. Es kann gegebenenfalls auch sein, dass solche Projekte wegsterben. Besonders bei so einer kleinen Market Cap. Aber wer nach wie vor noch Vertrauen in Open Fabric AI hat, sollte meiner Meinung nach sich jetzt langsam Gedanken machen, hier eine Reinvestition zu tätigen. So auch ich. Deswegen bin ich auch hier stark dran, den Chart zu beobachten. Ja, und spätestens wirklich bei 10, 11 US-Dollar sind, werde ich hier nochmal eine größere Tranche in den Markt reingeben. Ja, dass ihr an der Stelle auch Bescheid wisst. Dann das nächste Projekt. DEAI, Zero One Labs, wurde auch stark abbestraft. Aktuell wieder leicht am Pumpen. Für mich ist auch hier der Boden vorhanden. Deswegen auch das heutige Video. Weil einige Altcoins wirklich eine wunderschöne Bodenformation ausbilden. Wir sehen es hier, 30 US-Dollar sind. Auch gute Einstiegsmöglichkeiten. Ist für mich ein starker Konkurrent zu BitTensorTown. Und auch hier mit einer Market Cap von 35 Millionen ist es absolut ein Projekt, was potenziell die Möglichkeit hat, wirklich in die Milliarden zu kommen im kommenden Bullern. Das ist für mich persönlich auch ein potenzieller 100x-Kandidat, beziehungsweise ein 50x-Kandidat. Ja, vor allem mit der Market Cap, was auch hier schon abgeliefert wurde. Ansonsten das nächste Projekt haben wir hier. Genbox AI, hatte ich tatsächlich auch mal vorgestellt. Hält sich extrem gut. Wollte ich ins heutige Video auch mit reinnehmen. Wurde in dem Fall nicht sonderlich stark abbestraft. Klar, wenn man so berechnet, auch hier minus 75%. Aber hier in letzter Zeit, wenn wir uns gerade mal den Juni, Juli anschauen, sind wir hier relativ stabil mit dem Projekt und haben hier eine gute Bodenbildungsphase hinter uns. Wir reden hier, jetzt wirklich aufgepasst, über ein Projekt mit einer Market Cap von 2,5 Millionen. Deswegen passt hier höllisch auf. Auch mal wieder, wir stehen komplett am Anfang. Aber hier in dem Fall haben wir enormes Wachstumspotenzial, besonders auch hinsichtlich dem Use Case. Können wir einmal reinschauen. Wir haben hier die Möglichkeit, mit AI unsere eigene Welt sozusagen kreieren. Unsere eigene AI Landscape, also eine ganze Landschaft, ein ganzes Spiel können wir kreieren. Nur mit dem reinen Chatbot. Wir sehen dann hier die einzelnen Prompts. Wir können quasi ähnlich wie bei ChatGPT einen Prompt reingeben und bekommen nicht irgendwie ein Bild generiert, ein Video oder sonst was, sondern wir bekommen hier richtig ein Game generiert. Wir bekommen hier eine ganze Landschaft hergestellt durch AI und das ist schon vom Use Case, von der Vision unfassbar beeindruckend. Also wirklich gigantisch, was hier angegangen wird. Aber genau auch hier bei solchen großen Visionen, wenn hier wirklich so große und hohe Ziele angesteckt werden, muss man höllisch aufpassen, wenn auch so ein Projekt so stark am Anfang steht. Weil es ist wirklich ein, ich würde jetzt nicht sagen ein Gamble, aber es ist schon auch abhängig, wie das Ganze vom Markt angenommen wird und wie die Investoren natürlich gestimmt sind. Aber oftmals reicht wirklich eine gute Vision, ein ordentliches Marketing, dass sich das Projekt hochpumpt. Vom Chart sieht das Ganze relativ gesund aus. An der Stelle soll übrigens auch gesagt sein, hatte ich am Anfang vom Video vergessen, wenn ich hier zum Teil positiv über Projekte rede, ich bin nicht bezahlt von irgendeinem Projekt, das Ganze hier zu erwähnen oder gut zu reden. Es ist alles hier basierend auf meiner persönlichen Meinung. Also keine Bezahlung ist hier vorhanden, dass ihr an der Stelle auch Bescheid wisst. Ist ja nicht, dass es manchmal falsch rüberkommt, wenn ich auch mal positiv über ein Projekt spreche. Dann kommen wir zum nächsten Projekt und zwar GHX, bin ich auch investiert. Ist auch relativ beliebt im deutschsprachigen Raum, also einige YouTuber sprechen auch immer wieder drüber. Ist ein Deepin-Projekt, GHX gefällt mir auch sehr gut. Ja, hier muss man nur aufpassen. Hier gehe ich persönlich folgendermaßen vor und zwar ich werde hier erstmal abwarten, falls wir nochmal eintauchen in diesen grauen Bereich von den 8 US-Dollar sind. Natürlich ist das Ganze absolutes Makro-Management, also es sind wirklich nur die Feinheiten am Ende des Tages. Ja, ich würde jedem von euch empfehlen, einen DCL zu betreiben, also immer wieder einen Tranchen nachzukaufen, dass man einen schönen Durchschnittswert erreicht. Aber hier in dem Fall haben wir noch theoretisch ein Abwärtspotenzial von 30, 40 Prozent, wo man theoretisch noch billiger einkaufen könnte. Je nachdem, wie stark dieser Abwärtstrend noch intakt ist. Ja, man kann auch hier argumentieren. Wir sind jetzt hier nach oben hindurchbrochen. Hier muss man noch abwarten. Ja, aber ich denke, hier ist man auch gut aufgestellt. Wenn man jetzt vielleicht einkauft, ja, wenn man noch gar keine Tranchen im Markt hat. Wie gesagt, ich habe auch schon im Vorhinein angekauft, ja, schon hier damals und natürlich auch hier nochmal, also ich habe immer wieder DCL betrieben. Aber ansonsten kann man auch hier, hier einmal einkaufen, hier einkaufen, ja, das Ganze quasi aufstaffeln auf drei Tranchen. Ist definitiv auch eine Möglichkeit, ist auch ein Projekt, wo ich viel Potenzial sehe. Market Cap von 64 Millionen ist nicht sonderlich viel. Dann das nächste Projekt, AI-Tech. Kennt jeder von euch, wer es noch nicht kennt, ja, macht einen großen Fehler zum aktuellen Zeitpunkt. Sind wir meiner Ansicht nach erstaunlich stark zurückkorrigiert, ja, also es hat mich echt gewundert, wie stark wir zurückgekommen sind. Und vor allem im Vorhinein, wenn ich mir das Ganze im Vorhinein angeschaut hatte, das war ein reiner Chart, der nur am Pampen war. Also wirklich selbst die Zwischenkonsolidierungsphasen waren leicht positiv zwischenzeitlich. Also wir hatten hier wirklich überhaupt gar kein Anzeichen von irgendeiner Schwäche. Deswegen hat es mich persönlich, ja, wenn ihr mich fragen würdet, ja, leicht gewundert, dass wir so stark zurückkorrigiert sind. Also wir können das Ganze einmal abmessen vom absoluten Top. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Sind minus 78 Prozent, minus 80 Prozent. Das Ganze ist schon wirklich sehr, sehr ordentlich. Hätte ich persönlich nicht erwartet. Ich persönlich hätte gedacht, wir fangen uns hier im Bereich von den 20 US-Dollar Cent. Nichtsdestotrotz müssen wir hier die Situation annehmen. Ich persönlich bin immer noch nach wie vor ein Profit. Ich habe es, wie gesagt, auch auf meinem YouTube-Kanal bei den 4 bis 6 US-Dollar Cent erwähnt gehabt. Ja, da hatte ich die Coin-Vorstellung. Könnt ihr einfach mal reinschauen auf YouTube. Aber hier in dem Fall hat unser letzter Support leider auch nicht mehr gehalten bei den 12 US-Dollar Cent. Es besteht jetzt tatsächlich die Gefahr, dass wir nochmal eintauchen in den grauen Bereich. Also, dass wir hier nochmal einmal zurückkommen auf die circa 6, 7 US-Dollar Cent. Wäre vom jetzigen Zeitpunkt aus noch ein Abverkauf von circa 34 Prozent, wo man theoretisch noch mit rechnen könnte. Es ist schwer einzuschätzen, ob bei E-Tech wirklich nochmal so stark zurückkommt oder ob hier langsam aber sicher der Boden geformt wird. Aber auch hier, dass ihr einfach Bescheid wisst, für mich persönlich, die letzte Tranche, die ich in den Markt geben würde, ist hier bei den 6 US-Dollar Cent. Also, hier ist wirklich für mich der ultimative Boden geformt, weil wir hier einfach auch starken Support noch unter uns haben. Hier sind wir jetzt aktuell so ein bisschen in einer Schwebephase, weil wir auch hier im Vorhinein stark gepumpt sind. Deswegen ist hier der Bereich zwischen den 6 und in dem Fall 12 US-Dollar Cent ja ein bisschen wackelig. Da müssen wir einfach mal schauen, ob der Support in dem Fall hier hält. Aber ich bin nach wie vor zuversichtlich, was E-Tech betrifft. Dann das nächste Projekt, NoSana, kommt auch langsam zurück in den Ursprungsbereich. Da werde ich auch hier nächste Tranchen aufbauen, zwischen den 1,30 Dollar und zwischen 1,80 Dollar. In diesem grauen Bereich werde ich hier Nachkäufe tätigen. Ist auch ein starkes Deepin-Projekt, gefällt mir extrem gut, läuft über die Solana-Chain. Dann das nächste Projekt, hier in dem Fall Sensei, absolut neu dieses Projekt. Kompletter Boden ist hier meiner Meinung nach drin. Wir befinden uns hier bei einer Market Cap von 2,5 Millionen. Ich werde hier gegebenenfalls, schreibt es gerne in die Kommentare, noch einen ausführlichen Deep Dive über dieses Projekt machen. Wir können einmal auf die Website reinschauen. Wir können quasi hier unsere eigene Person auf die Blockchain bringen. Ja, wir sehen hier quasi auch einmal den CEO sprechen. Ihr müsst euch vorstellen, ja, dieses Video vom CEO wurde erstellt, rein durch AI. Da können wir einmal reinschauen. Welcome to the revolutionary world of Sensei, where we're building autonomous digital replicas. I'm Dan Thompson, Founder and CEO. Also da seht ihr auf jeden Fall mal die Qualität von dem CEO, der hier spricht, quasi nur durch AI generiert. Finde ich extrem spannend. Wir haben auch hier einige Replicas. Wir können hier quasi einmal reinschauen von prominenten Persönlichkeiten. Albert Einstein, Andrew Tate und andere Persönlichkeiten, die man kennt. Ja, sehen wir hier, die quasi hier auf die Blockchain gebracht werden. Ja, wo man dann auch mit den Personen jeweils reden und sprechen kann. Finde ich persönlich interessant und spannend. Den Use Case, vor allem, weil hier die Technologie schon relativ fortgeschritten ist im Vergleich zu anderen Projekten. Und da ist meiner Meinung nach eine Market Cap von zweieinhalb Millionen absolut unterbewertet. Und deswegen werde ich auch hier langsam aber sicher erste Tranchen aufbauen. Vor allem, wenn hier so langsam der Boden drin ist. Ja, dass ihr an der Stelle auch Bescheid wisst. Aber ich werde hier gegebenenfalls noch einen ausführlichen Deep Dive für euch abdrehen. Ansonsten kommen wir zum nächsten Projekt, was auch relativ nah am Boden steht. Und zwar bei 50 Millionen Market Cap. Der Tectum ist eine Layer 1, die extrem, extrem schnell unterwegs ist. Und auch hier sehe ich gutes Potenzial für den kommenden Bullern. Wir sind auch hier in der letzten Rallye ordentlich gepumpt. Um circa 1200 Prozent. Also ein schmackhaftes 12x konnte man sich hier mitnehmen. Jetzt aber auch hier sehen wir wieder, wie wir verstärkt zurückgekommen sind. Jetzt hier so langsam auf die 3 bis 4 US-Zoller. Ich sehe jetzt hier langsam auch eine Bodenbildungsphase. Wir sehen hier den Abtrennen. Er ist meiner Meinung nach noch nicht beendet. Seid hier lieber vorsichtig. Ich könnte mir hier gut vorstellen, dass wir tatsächlich nochmal eintauchen in den absoluten Ursprung. Da, wo wir quasi auch damals gelauncht sind bei den 3, 4 US-Dollar. Ja, deswegen passt hier nochmal auf. Da könnten wir theoretisch nochmal einen Abverkauf bekommen von circa 50 Prozent. Deswegen bin ich hier leicht vorsichtig. Ansonsten, ja, falls ihr euch fragt, wo ich persönlich die ganzen Coins kauft. Ich nutze hier zum aktuellen Zeitpunkt hauptsächlich CoinX, weil wir hier wirklich die Möglichkeit haben, neu bei CoinX dabei zu sein. Also die Listings von solchen AI-Projekten und allgemein von den heutigen Projekten finden oftmals als allererstes bei CoinX statt. Da habt ihr somit unter auch die größte Coin-Auswahl. Deswegen, wer hier mich und meinen YouTube-Kanal unterstützen möchte und meine Arbeit, kann gerne den Link in meiner Videobeschreibung verwenden. Dort bekommt ihr auch zum jetzigen Zeitpunkt mit der aktuellen Aktion noch 60 UCT-Cashback-Gutschein. Deswegen, ja, danke an der Stelle, wer hier den Link nutzt. Ansonsten kommen wir zum nächsten Projekt und zwar hier Toshi. Jetzt kommen wir so langsam auf die Meme-Cons zu sprechen. Ja, die werde ich hier relativ zügig abhaken. Aber dass ihr auch hier seht, welche Chancen sich momentan ergeben. Toshi mit einer Market Cap von 72 Millionen. Auch hier sehen wir relativ gute Einstiegsmöglichkeiten. Aber seid hier auch nochmal vorsichtig. Wenn wir hier in den grauen Bereich eintauchen, haben wir hier auch nochmal ein Abwärtspotenzial von circa 40-50%. Wir sehen es hier. Deswegen seid hier auch nochmal leicht vorsichtig. Dann das nächste Projekt, Miro. Werde ich auch hier langsam wieder nachakkumulieren. Ist meiner Meinung nach auch in einer relativ guten Range. Da sind wir auch ordentlich zurückkorrigiert vom letzten hoch. Dann das nächste Projekt, Peng. Ist für mich auch ein kompletter Boden drin. Hier muss man natürlich abwarten, ob Peng nochmal so zurückkommt. Aber ich denke auch hier, ja stimmt meiner Meinung nach das Marketing, das Meme ist gut. Und deswegen werde ich auch hier langsam überlegen, gerade wenn die Bodenbildungsphase verstärkt ausgebaut wird. Dass man hier so langsam aber sicher die ersten Branchen wieder aufbauen kann. Dass ihr an der Stelle auch Bescheid wisst. Dann das nächste Projekt, Birddog. Ist für mich auch so ein Projekt, wie ihr hier seht, vom Boys Club. Also gerade mit Pepe, Brett, Andy und Landwolf. Deswegen ist es hier so nochmal die Nummer 5. Deswegen sehe ich auch hier gutes Potenzial. Auch hier haben wir einen relativ starken Chart vor uns. Eine gute Bodenbildungsphase ist vorhanden. Ein Market Cap von 6,6 Millionen. Absolut high risk. Seid ihr an der Stelle auf jeden Fall vorsichtig. Aber hier sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt auch relativ gute Möglichkeiten. Weil der Chart sich wirklich stabilisiert hat. Dann ist das letzte Projekt, Resistance Dog. Ist so ein Projekt, wo ich jetzt auch aufpassen würde. Wir sehen hier, wie wir relativ stark zurückkorrigiert sind. Also vom absoluten Top hier 63%. Wir haben einen starken Support unter uns. Sollte dieser nicht halten, werden wir nochmal hier zurücktauchen in den Ursprung. Das ist dann ungefähr der Bereich von hier. Von den ca. 12 bis 18 US-Dollar Cent. Wäre nochmal relativ bitter für alle Investoren. Wie gesagt, ich bin noch nicht investiert in Resistance Dog. Bin aber am überlegen, hier die erste Tranche langsam aber sicher aufzubauen. Und hier natürlich per DCA immer wieder nachzulegen. Dass ihr in der Stelle auch Bescheid wisst. Ansonsten ganz abschließend die letzten zwei Projekte. Und zwar BitTensor Tau. Hier sehe ich den absoluten Boden, weil ich das auch immer wieder gefragt werde. Bei den ca. 200 Dollar. Also spätestens, wenn wir nochmal zurückkommen auf den absoluten Boden. Bei den ca. 200 US-Dollar Cent. Werde ich persönlich hier eine riesige Tranche aufbauen in BitTensor Tau. Aber ich habe auch hier die letzte Gelegenheit schon genutzt. Weil wir hier einen A-Doppelten Boden hatten. Aber hier wisst ihr auf jeden Fall auch Bescheid, wann die letzte Tranche in den Markt kommen sollte. Deswegen könnt ihr auch hier langsam aber sicher rein DCA'en, falls BitTensor Tau nochmal leicht zurückkommen sollte. Also hier am besten auf drei oder vier Traschen. Das Ganze aufstaffeln. So würde ich persönlich vorgehen, dass ihr da Bescheid wisst. Ansonsten Veracity auch extrem nah am absoluten Boden. Da werde ich auch immer wieder gefragt, was ich persönlich von Veracity halte. Meiner Meinung nach gibt es deutlich bessere Coins. Ich würde nicht mehr unbedingt in Veracity investieren. Sollte aber auch hier der absolute Boden eintreffen. Bei den ca. 0,2 US-Dollar Cent kann man sich es auch hier wieder überlegen, eine kleine Tranche aufzubauen. Aber meiner Meinung nach gibt es bessere Projekte. Deswegen schaltet unbedingt auf YouTube rein. Gerade bei den neueren Videos werde ich immer wieder neue AI-Hidden-Gems vorstellen. Oder allgemein neue aufkommende Projekte. Das heißt auch Meme-Coins, RWA-Coins und andere Projekte. Deswegen unbedingt Like und Abo da lassen, dass ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Das war es auch schon vom heutigen Video. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal.